ok suche in den slums einer stelle zur erholung ja ja geht voll ab halt da bin ich schnell hier wo sind die slums wenn ich dann wüsste ich habe das klamm gefunden toll jetzt habe ich diesen tollen erholungsstuhl auch noch suchen mit waffen oh man da wollte ich nicht hin wie sieht denn der scheißstuhl aus das bin ich schon wieder vom dach runter da wo ich suchen sollte ich hasse es wenn ich irgendwo hoch springen will und dann warte ich mache es so willst du mal stimmt ich kann ja nicht es ist voll ungewohnt nach sehens row 4 weil man will da hochklettern man kann nämlich in sehens row 4 wenn da hochklettern wenn man das irgendwann freigeschaltet hat jetzt geben wir das ding hier wenigstens oh sehensschirm 1 stimmt ich habe alle anderen ausgegeben wo ist dieser scheißstuhl müssen wir doch nicht einfach sagen dass der genau da ist oh das kann ich hier nicht auf what the fuck kann ich hier hoch wenigstens nein ich soll auf dem dach jetzt hier nach wahrscheinlich ist er wirklich ganz oben sagen sag ich doch was ist das denn oh manch oh manch oh manch oh mein gott du bist gescheitert wie schlimm ist das denn ach ist der da unten oder was da ist noch so ein teil der fuck wunderbar das ist toll finde ich gut okay der hat mir gesagt ich soll mich auf dem dach umgucken aber ich habe auf dem dach nichts gefunden und kannst du mir gerne sagen wo der scheißstuhl ist ich finde hier nichts ich finde hier nichts was auch ansatzweise nach einem stuhl aussieht gut okay ich kann mir auch vorstellen dass ein stuhl in saints row kein stuhl ist sondern ein stuhl in saints row und der sieht anders aus als ein stuhl hier irgendwas drauf ich gucke mich mal um da hinten ist wieder so ein seelenschwarm hier ist dann irgendwo ein stuhl ach ja um jetzt mal jemand anderen zu zitieren der auf unserem kanal zu sehen beziehungsweise zu hören ist pissekacke stuhl hier ist ja außerhalb des fels des feldes alter jetzt bin ich schon wieder da runter gefallen weil oh gott ist das ein scheißdreck muss ich ganz ehrlich sagen wenn meine güte wo ist dieser drecksstuhl sag mal ey Leute ich blicke hier grad echt nicht durch ich weiß nicht wo wo dieser scheißstuhl sein soll der blöde Spasti hat mir gesagt ich soll auf dem dach irgendwo ausschau halten und gucken jeder Stunde ich in hell ist noch eine Stunde Matt versucht mich nicht zu spielen in seiner Nightblade Roll-Playing-Thing trotzdem will ich diesen scheiß Stuhl haben das ist mir scheißegal wie lange du mit mit Matt hier deine Nightblade kacke spielen musst ich will wissen wo der ah guck mal da Leben ist gut oh yeah jawoll life is good na ha wow kann ich auch springen ah ok dann geh ich wieder ah nö geht sogar ja und jetzt ja ja ich weiß life ist gut boah jetzt haben wir hier lang rasen eins am anderen aufnehmen geht voll ab ja great job hey what do you really think Satan could still be thinking about Jezebels wedding after all the damage you've done I'm telling you the devil is about to react in a big way and when he does we need to be ready ok jetzt geht's automatisch weiter Satan didn't have much time to react to the war that was waging because at home Jezebel was waging a war of her own i don't love them you think i care if you started acting like a father you would i'm looking after your best interest you don't care about my happiness this is about you if you just stop telling you will marry that saint and i won't hear another word i won't do it you think because you're my daughter you think that you're above it all but schemes are currently in motion your choice be a wife or be a throng they say the devil's in the details and i have some more for you celestial light doesn't shine a ray here happy endings are through you belong to me i'm giving you away your blood will not save you my hand will be cruel if you disobey you belong to me you belong to me never i'm sick of perdition so tired of tradition but now my time has come to go break away to live for today to stand out beneath the sun i know there has to be some way for me to be free just living a life that's far from the strife and torture is pain some place that's far from here and not awash with fear oh god i can't wait to cast off this hate i want to find love there's a big wide world for me to explore so many things that i don't know like would i like ice cream how do i feel about cats and as night laid my new favorite show but until that time i'm stuck in this hell a relentless tempest of rage surrounded by guards betrothed by my father trapped inside this gilded cage it's not working kinsey you don't know that johnny i'm tearing this place apart but satan doesn't even seem to we didn't come this far to fail you think i'm giving up we have one last place to go what if it doesn't work the bus is counting on us you think i don't know how do i burn down a city that's baptized in fire how do i kill off an army that's dead time's slipping away now and the best plan we've got is just put one inside satan's head if roles were reversed god i know they'd save me but all my solutions involve murder sprees you have to stay the course and kill without remorse yeah that sounds fun but what has that done we're still where we stand the day isn't over yet our sun's not begun to set no matter how small the wings of a fly can create hurricanes johnny gat hope i feel hope for the first time i've ever in my life gat is the name that cuts through my father like a knife the seed of rebellion it grows like weed and someone so violent is just what i need there's no turning back now the die has been cast this sinner has found your saints i'll be free at last the people the music it waits up above i know i'll be happy when i find love i know i'll be happy when i find love them yes ben illas Ah, okay. Ich kann auch aus dem Sessel aufstehen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich wusste ja, dass es Musical-Einlagen gibt. Aber dass die so geil sind. Ah, super. Vor allem die zwischen hier, äh, Gett und Kinsey. Ah, schön. Gut. Nächste Aufgabe. Scheiß auf... Was? Jollal... Jollal... Oh Gott, Alter. Jollalität. Bin ich doof, ey. Scheiß auf diese Kacke hier. Akane Kräfte, Wurscht, Waffen, alles. Kann ich die nicht... Töte die Sintenkugeln. 100% Übernahme. Nein, weg. Da. Okay. Ich muss jetzt die... Loyalitäten machen. Gott, fangen wir an mit Blackbeard. Hä? So ein Drecksack, Alter. Okay. Ist ja schon mal gut. Heißt also, wir... Hä? Okay. Gut. Das war keine neue Missionseinleitung. Das war einfach nur sowas für zwischendurch. Damit ich weiß, was ich so noch nebenbei tun kann. Vielleicht auch manchmal tun sollte. Ich habe gerade gemerkt, ich wurde gerade schon abgeschossen. Okay, da ist noch einer gewesen gerade. Wow! Alter! Hat mir das schon gegeben. Ja. Vielen Dank.